In den Märkten befinden sich ja viele Informationen, unter anderem auch im Aktienbereich, die man vielleicht im Index nicht so sieht. Während der DAX hier vorrangig sich in seiner Range aufhält, sind die US-Märkte derzeit wesentlich volatiler. Warum? Weil es Quartalszahlen gibt. Wir haben jetzt am Freitag erlebt, was Netflix-Quartalszahlen letzten Endes auch für den Gesamtmarkt bedeuten können. Wir hatten Microsoft, wir möchten uns jetzt eine Tesla und eine Apple anschauen. Beginnen wir mal mit der Apple, die hat nämlich gestern Zahlen gebracht. Und die Zahlen, die kommen gleich ins Bild zuvor. Der Chart gestern etwas verhalten, also 0,29 Prozent, das ist immerhin noch besser gewesen als der Nestec. Der Nestec hat sich nämlich gestern aus einem höheren Plus-Bereich ins Minus verabschiedet. Man sieht auch bei solchen Aktien wie in der Apple, da gibt es auch mal einen Gap. Und dieses Gap wurde gestern auch geschlossen übrigens. Also auch da kann man mit den Strategien, die man sonst im Index anwendet, erfolgreich handeln. In letzter Zeit ein Abwärtstrend. Aber klar, das ist auch der 5-Minuten-Chart. Und wir wissen alle, dass der Nestec ja vom Top ordentlich korrigiert hat. Das ist an einer Apple auch nicht spurlos vorbeigegangen. Als die Apple auf dem Allzeithoch stand bei 182,9, also knapp 183 US-Dollar, da war das Unternehmen insgesamt 3 Billionen US-Dollar wert. Das wertvollste börsennotierte Unternehmen. Und der Technologiebereich ist eben da weiter gefragt. Die 52-Wochen-Range ist gar nicht mal so hoch. Also während andere Aktien sich teilweise auch halbieren. Denn Netflix hat sich vom Hoch aus halbiert. Hält sich in der Apple ziemlich gut. Die Marktkapitalisierung ist jetzt bei 2,6 Billionen. Also immer noch ein Riesenschwergewicht am Markt. Wenn so ein Riese einmal wanken sollte, dann sieht es nicht gut aus im Chartbild. Aber ich kann dich jetzt beruhigen als Zuschauer. Die Apple-Aktie sieht im Chartbild immer noch gut aus. Trotz des Abschwungs. Und dann nehme ich gern das große Bild einmal rein. Sehen wir einen Aufwärtstrend, den wir hier haben. Das war einmal falsch geklickt. Und der beginnt nämlich ab dem September letzten Jahres, wo wir langsam in Richtung des Weihnachtsgeschäfts nach vorne schauten. Fast schon euphorisch. Dann gab es mit den Quartal-3-Zahlen eine kleine Ernüchterung, weil es hieß aus Apple-Kreisen, man hätte viel mehr iPhones verkaufen können, wenn nicht die Chip-Krise da gewesen wäre. Und das ist so ein Thema, was man sich bei den Quartal-Zahlen, bei den aktuellen anschauen muss. Die Chip-Krise, wie sehr schlägt sie durch und wie nah kommt dann Apple auch an die anderen Konkurrenten heran. Da ist eine Samsung zum Beispiel zu nennen. Denn hier gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wer die meisten Smartphones verkauft, wer der da Marktführer ist. Und ich kann jetzt schon sagen, die Zahlen waren gut. Die waren richtig gut. Warum? Das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Der Umsatz ist nochmal angestiegen, um 11 Prozent, also bei so einem großen Marktakteur, dann nochmal den Umsatz um 11 Prozent zu steigern. Allein im letzten Quartal waren es 123,9 Milliarden Dollar, der Umsatz. Und das ist, um mal eine Relation reinzubringen, so viel Umsatz in einem Quartal, wie der gesamte Volkswagen-Konzern auf die Waage bringt als Marktkapitalisierung. Also Wahnsinn, was da passiert. Man hätte auch wieder mehr Geräte verkaufen können. Also das ist dasselbe Wording wie vor einem Quartal. Der Apple-Chef Tim Cook hat das mit Analysten nochmal ausgewertet, nachbürslich. Er schätzt aber, dass dieser Chipmangel so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Also dass das Ganze sich abschwächt und dass man hier auch in Zukunft noch mehr Umsätze generieren kann. Er hat es auch beziffert. Es wäre, wenn der Chipmangel nicht gewesen wäre, möglich gewesen, um 6 Milliarden Dollar mehr Umsatz zu generieren. Also nochmal 5% mehr. Wahnsinn. Also dann wären wir nicht bei 11% Umsatz plus, sondern bei 15%, 16%. Das ist schon eine Hausmarke. Und ich selber, ich bin auch Apple-Fan, gebe ich offen zu. Muss auch dazu sagen, ich bin auch investiert in Apple. Ja, langfristig betrachtet. Aber bei den Produkten, man fragt sich natürlich schon, ob der hohe Preis gerechtfertigt ist. Also wenn man sich so ein paar Apple-Produkte nimmt, wie zum Beispiel das MacBook Pro. Ich habe hier so ein Teil liegen, ohne jetzt groß irgendwie eine Neiddebatte loszulösen. Also ist schon sehr schick. Wird mittlerweile auch wieder selbst designt. Aber du bezahlst für einen Computer ab 3.800 Euro aufwärts. Oder auch das Flaggschiff beim iPhone kostet 1.829 Euro. Und da sagen viele, what? So viel Geld für ein Telefon oder ein Computer. Klingt erstmal viel. Mein Argument ist, und deswegen bin ich auch ein Apple-Fan geworden vor vielen Jahren, dass man die Geräte sehr, sehr lange hat. Und da habe ich noch ein anderes mitgebracht, was übrigens auch im täglichen Einsatz ist. Noch ein anderes MacBook. Das ist auch ein MacBook Pro, aber mittlerweile von 2013. Also acht Jahre alt. Und es läuft und läuft und läuft. Es hat ein paar Schramm hier an der Ecke. Ist mir mal runtergefallen und so weiter. Aber da ist der Akku in Ordnung. Die aktuelle Software läuft drauf. Also nichts mit, das Gerät ist zu alt, kann nicht aktualisiert werden. Alles super. Hat ein Retina-Display. Also die Augen, ist auch eine Wolllust, da mal im Dunkeln mal irgendwas zu schauen. Klar hält der Akku jetzt nicht irgendwie 20 Stunden durch, wie bei den neuen Geräten. Aber das ist ja normal. Also das ist ja der normale Verschleiß. Den Akku kann man auch auswechseln und weiter geht's. Also da ist sonst nichts. Selbst bei einem Auto muss man irgendwann die Bremsen auswechseln, weil sie verschlissen sind. Insofern ein tägliches Gerät, ein tägliches Arbeitsgerät. Und ja, es kostet in der Anschaffung mehr, aber am Ende hast du es auch länger. Und wenn ich das mal vergleiche, wenn zum Beispiel der Markus Klebe mir seinen Windows-Rechner zeigt, der ja auch einiges schwerer ist und der lüftet wie verrückt, wo ich denke, mir würden die Haare wegfliegen. Ihm sind sie vielleicht schon weggeflogen. Das erklärt seine Frisur. Nein, Spaß beiseite. Aber der kauft sich dann alle zwei oder drei Jahre wahrscheinlich eine neue Windows-Maschine, die nur die Hälfte kostet bei Dell oder noch weniger, aber dann eben alle paar Jahre neu. Und ein Apple-Gerät ist dann eben sozusagen die Luxus-Variante, die erstmal kostet, aber langfristig, denke ich, hat man mehr Freude als Kosten damit. Also das nur einmal persönlich von mir hier mit reingebracht in das Marktgeschehen. Lass uns zur Apple-Aktie kommen und auch nochmal zum iPhone. Wie viele wurden denn hier verkauft? Der Umsatz von den iPhones lag bei 71,6 Milliarden Dollar und das waren nochmal 9 Prozent mehr als im Vorjahr. Also es wurde gezeigt, dass mit den neuen Geräten, die jetzt nicht unbedingt, ja für jemanden, der technisch nicht so tief drinsteckt, der sagt sich, ja, ist ein Smartphone mit einer Kamera. Was soll da Besonderes dran sein? Naja, es gibt den Kinomodus zum Beispiel. Ich will auch nicht zu tief reinstechen. Also man kann da so Unschärfe reinbringen, wie auch bei mir im Bild hier zu sehen, wenn ich streame und Videos produziere. Und man hat natürlich durch den neuen Chip auch viel, viel schnelleren Zugriff auf alle Apps. Man kann dieses 5G überall nutzen und, und, und. Es gibt viele kleine Raffinessen, die man nicht unbedingt, und da gebe ich allen recht, die sagen, so viel Geld gebe ich nicht aus für ein Smartphone, braucht. Aber auch da gilt wieder, du kaufst dir ein neues Smartphone von Apple und verkaufst vielleicht ein älteres Modell. Du kriegst noch was dafür. Ja, also es hat auch eine gewisse Wertstabilität und es funktioniert noch nach ganz vielen Jahren. Ich habe noch ein iPhone 5 übrigens, nicht im täglichen Einsatz. Das geht nur im WLAN. Da habe ich keine SIM-Karte drin, aber es funktioniert. Also du kannst dir wirklich noch, musst dich ein bisschen umgewöhnen, weil es noch alles mit dem Finger und so weiter, ohne Touchscreen komplett. Also man muss noch ein bisschen was anders bedienen, aber es funktioniert. Es geht einfach, ja, und läuft und läuft und läuft. Und jetzt hat man es geschafft, mit den Zahlen von den iPhones wieder über die Samsung-Verkaufszahlen zu kommen. Also man ist wieder der Platzhirsch, man ist wieder das Unternehmen, was die meisten Smartphones dann verkauft. Wer weiß, wie lange das hält. Also Samsung zieht ja dann auch immer nach, hat auch neue Technologien. Und bei Apple ist es so, dass einmal im Jahr das Update kommt. Das ist immer so, September, Oktober gibt es diese Produktkonferenz, da werden die neuen Produkte vorgestellt und dann geht der Verkauf los. Und da hat man oftmals Mühe, bis Weihnachten noch die Geräte ranzubekommen als Konsument, weil hier die Konsumenten natürlich zu Weihnachten das Neueste vielleicht für sich selbst oder verschenken wollen. Und dann hast du Lieferzeit. Ich habe darüber berichtet, im Dezember von teilweise drei oder vier Wochen für ein Telefon, wo dann in der Panik, so kurz vor Weihnachten, vielleicht der eine oder andere sagt, Na, ich bestelle es wieder ab und ich kaufe mir dann beim Mediamarkt oder Saturn oder sonst wo ein anderes Gerät. Und wenn dann Samsung liefern kann, dann bekommen die halt den Zuschlag. Und das soll aber nicht die Apple-Euphorie schmälern insgesamt, denn der Markt ist ja gewachsen. Also man kann ja auch einen Gutschein verschenken und das Smartphone kommt dann später. Wie auch immer, kurzzeitig ist jetzt auf jeden Fall oder mindestens kurzzeitig, wer weiß, wie Samsung nachzieht. Aus Korea übrigens sind keine Chinesen hier hinterher. Und wenn man den Marktanteil sich auch nochmal genau anschaut, das macht die Analysefirma IDC. Da kann man sich die Marktanteile anschauen. Da liegen wir jetzt bei 23,4 Prozent Marktanteil von Apple-Geräten, weltweiter Marktanteil Smartphones. Das ist natürlich nur eine Seite. Ich hatte jetzt schon das PC-Gerät, Personalkomputer heißt das, ich glaube, ist gar nicht mehr zeitgemäß. Aber da gibt es neue Geräte oder gab es in diesem Jahr neue Geräte. Es gab auch ein Update bei der Apple Watch bei den Uhren. Es gab Abo-Funktionen, Filme und so weiter. Da konnten auch überall Zuwächse verbucht werden, nur beim Tablet-Geschäft. Da schwächelt es. Das ist ein bisschen zurückgegangen. Das schrumpfte um 15 Prozent. Und ja, vielleicht sagt sich der ein oder andere, wozu brauche ich ein Tablet, wenn die Smartphones zum Beispiel viel größer werden immer. Da brauche ich gar kein Tablet extra und dann habe ich einen Laptop, dann habe ich vielleicht noch einen stationären Rechner und dann habe ich ein Smartphone mit einem riesen Display. Wozu brauche ich noch dieses Zwischending, dieses Tablet? Also das, vermute ich mal, ist nicht darauf zurückzuführen, dass die Tablets Schrott sind, sondern vielleicht ist das einfach zu nah an den anderen Produkten. Das eine Produkt einen kategorisiert und dann spart man sich das. Gerade auch, weil die Dinger ja auch nicht preiswert sind. Ja, warum ist Apple gut durch die Krise gekommen, wenn andere unter den Chips und unter der Chip-Zuführ leiten? Auch da gibt es eine Antwort drauf. Der Tim Cook, der war ja quasi früher der Zulieferer-Experte im asiatischen Raum. Und das hat er sich beibehalten und vor allem die Connections, die er hatte. Er hatte damals unter Steve Jobs immer für die Zuliefererteile gesorgt und das Know-how hat er beibehalten und konnte dann so ganz gut navigieren, hatte immer das Ohr am Puls der Märkte und ist rechtzeitig dazu übergegangen, sich unabhängig zu machen von Zulieferern. Also die Intel-Chips, die früher verbaut wurden, die sind jetzt nur noch in wenigen Modellen vorhanden. Ich glaube, man kriegt den ganz großen iMac auch nur noch mit den Intel-Chips. Aber da soll es ein Update dieses Jahr geben auf der nächsten Produktkonferenz. Und die neuen, kleineren iMacs und auch die MacBooks Pro und die Handys sowieso, denn die haben schon die Apple-Chips in sich. Also da gibt es auch keinen Lüfter mehr und so. Das ist alles auf einen Chip montiert. Ich will auch technisch, habe ich schon gesagt, nicht zu tief reingehen. Und man macht sich damit unabhängig von Intel. Und ja, auch bei Samsung sind natürlich die Gewinne ein bisschen gesprudelt. Und da hatten wir Nettogewinn, der um 64% gesteigert wurde, aber trotzdem im Smartphone-Bereich nicht so stark wie Apple selbst. Was kann man noch verkaufen? Natürlich elektronische Komponenten. Da könnte sich Apple noch mal etablieren als Zulieferer. Aber lass uns erst mal auf die Aktie schauen zum Unternehmen. Selbst habe ich jetzt eine Menge erzählt. Und warum habe ich mir hier diesen Aufwärtstrend eingezeichnet und diese Unterstützungszone, die ja aus den Hochpunkten hier sich aufbaute, wo es ein Pullback gab und dann hier den Aufschwung zur 3-Billionen-Marke, weil es durchaus möglich ist, dass trotz der guten Zahlen die Apple-Aktie nachgibt. Warum komme ich drauf? Und das ist das Thema, was wir mit Tesla haben. Ich nehme erst einmal bei Market Watch hier jetzt die Apple-Aktie mal rein, damit wir nachbörslich sehen, wo sie gelandet ist. Also die Zahlen kamen nachbörslich. Hier steht es, Opinion after Monster Quarter. Apples non-Forecast is good enough for Wall Street. Also das heißt, hier wurde die Wall Street nicht enttäuscht, auch beim Ausblick nicht. AAPL ist das Kürzel und dann haben wir hier oben das kleine Minus, was sich eben schon zeigt im Kurs und nachbörslich sogar ein Aufschlag von 4%. Also wenn man das auf den Chart anwendet, dann wären diese 4% hier oben angeordnet. Also dann wäre diese Abwärtstendenz der letzten Tage wieder beseitigt und die Apple-Aktie könnte direkt weiter steigen. Aber das muss nicht so sein. Wir hatten zum Beispiel gestern das bei Tesla gesehen, dass Tesla auch nachbörslich gefeiert wurde. Also Tesla hatte von den Zahlen her auch super überzeugt Rekordzahlen vorgelegt. Der Rekordgewinn lag bei 5,5 Milliarden Dollar. Ein Umsatzsprung von 71% und ein extrem optimistischer Elon Musk, der nur gesagt hat 2021, it was fantastic. Ich übersetze mal, es war fantastisch. Also der hat die Jahreszahlen nämlich selber vorgestellt am Mittwochabend. Der Elektroauto-Pionier hat aber gestern von Aktienkurs her negativ reagiert. Und das schauen wir uns mal genauer an. Tesla, also das waren die Zahlen, die ich hier reingebracht habe. Ich kann auch noch mal ein paar Zahlen am Rande mitbringen. Viele Analysten sind immer noch positiv für Tesla gestimmt. Es gibt hier auch eine Grafik. Ich schaue mir die mal hier in dem anderen Screen an, beziehungsweise ich bringe das mit vom Handelsblatt. Da hat man nämlich diese Grafik gesehen. Die entleihe ich mir jetzt mal für diesen Stream die Tesla in Zahlen. Da sind die Kennzahlen 2020 und 2021. Und da sieht man die Fahrzeugauslieferungen, wie hoch die gegangen sind. Also fast verdoppelt. Die Million ist nicht ganz geschafft worden, aber trotzdem, es ging in die Richtung, das Nettoergebnis 5,5 Milliarden plus 666 Prozent. Wahnsinn! Und den Umsatz hatte ich gerade genannt, 71 Prozent auf 53,8 Milliarden. Ja, das ist die Hälfte. Der Umsatz hier ist übrigens die Hälfte vom Apple-Gewinn, vom Apple-Umsatz, Entschuldigung, den Sie im Quartal haben. Aber es ist schon sehr, sehr beeindruckend, was man hier gezeigt hat. Und da möchte ich die Tesla-Aktie auch gleich mal ins Bild bringen. Und da wirst du jetzt erschrecken, denn wir sind hier nach unten gelaufen mit über 11 Prozent gestern. Also die Tesla-Aktie ist jetzt auf den Aufwärtstrend aufgeschlagen, den wir herausgebildet hatten im Mai, Juni vergangenen Jahres. Also seitdem ist die Tesla-Aktie, jetzt bringe ich die beiden schon durcheinander. Nein, bei Tesla sind wir natürlich im Aufwärtstrend involviert und hat ziemlich stark korrigiert. Also ab dem Hoch bei 1.245 jetzt bei 829 geschlossen. Das sieht nicht gut aus. Vor allem die Tageskerze gestern sieht nicht gut aus. Hier könnte jetzt eine Unterstützung reinkommen, weil wie gesagt, das die Aufwärtstrend-Linie ist. Und wir sind schon lange unter den ehemaligen Rekordhochs. Deswegen hatte ich hier diese grüne Zone mir mal anzeigen lassen beziehungsweise in den Chart eingefärbt, weil das immer mal so eine Buying-Line war. Also hier hat der Kurs mal ganz kurz reinkorrigiert, ist dann wieder nach oben geschossen. Wir haben es alle noch in Erinnerung. Die ersten Tage im Januar, die waren ja brutal gut für Tesla. Und ja, jetzt sind wir eher auf der Unterseite orientiert, trotz guter Zahlen. Und das ist eben meine Befürchtung, dass auch die Wall Street, auch wenn es nachbürstig gut aussah für Apple, heute erst mal Gewinne mitnimmt. Und das könnte dann den Gesamtmarkt unter Druck bringen. Und wenn man sich Tesla nochmal anschaut, von einer anderen Sicht aus, wie innovativ und wie schnell sie denken und nach vorne gerichtet sind, dann haben wir zum Beispiel an dem Standort in Deutschland, den sogenannten Mobilitätsstandort der Tesla-Fabrik, die Tesla-Straße. Die gibt es tatsächlich. Da soll nämlich 500.000 Fahrzeuge pro Jahr gefertigt werden. Wir hatten gerade hier die Gesamtauslieferung gesehen von einer Million und davon die Hälfte. In diesem Jahr soll in Deutschland gefertigt werden, beziehungsweise es steigt ja dann der Umsatz auch nochmal proportional weltweit an. Da kommt einiges hinzu. Also da ist richtig was gebaut worden. Unter anderem ein eigenes Gleis. Also Grün Heide sagt, wir möchten ein Gleis von der Deutschen Regionalbahngruppe DAE kaufen. Und die Deutsche Regionalbahngruppe hat gesagt, na klar, könnt ihr haben. Und da kann jetzt der Shuttle-Tesla-Zug durchfahren, ohne warten zu müssen, was auch sonst passiert. Das hat die Märkische Oder-Zeitung gerichtet übrigens. Ja, auch da ziehe ich meine Informationen her. Ja, das wird sicherlich spannend. Umweltschützer haben natürlich auch Sorgen. Einerseits die Fabrik ist sehr, sehr groß und dann kann es auch zu einem Mangel an Trinkwasser in der Region kommen. Das kann sich bis nach Berlin erstrecken. Also da gibt es vielleicht auch nochmal ein paar negative Auswirkungen. Auswirkungen, die werden dann in der Presse sicherlich Geltung finden. Aber heute findet erstmal dieser Aufwärtstrend bei Tesla-Geltung. Denke ich, dass wir heute darüber diskutieren und das auch am Chartbild sehen, was passiert an der 825. Und bei Apple würde ich auch ganz genau schauen, ob diese vorbörslichen Aufschläge, die wir sehen, die hier bis zur 164, 165 jetzt vorbörslich hinleiten, hinlotsen, ob die da wirklich zum Tragen kommen oder ob hier auch ein Sell-on-Good-News erstmal einverleibt wird. Das sind so meine Gedanken zu diesen beiden Unternehmen. Ich würde mich freuen, wenn du öfters den Kanal einschaltest. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020